Das ist jetzt so eine manipulare Diskussion. Herr Schwerer, tschau. Er fragt mich, dass du es gesagt hast. Sein schlechteste Busen muss ich noch ein Essen. Das ist auch so nicht. Der Container wurde vor drei Tagen geleert. Vielleicht erst seitdem da liegen. Sind hier Büro- oder Wohngebäude in der Nähe? Nein, nur Lagerhäuser und Kleinbesiegel. Das kann sich vermutlich woanders sein. Und wenn man die Größe des Teppichs liest, braucht sich 2000 Minuten tragen. Überzeugt worden, keiner würde merken, wenn die mittenen Russen eine Reifung haben. Dann können wir auch nur die Leute ausschließen. Klauen, sie haben nicht so viel Willen. Na, Kurski. Ich geb Wörter, dass die Männer nach der aufheben Figuren frei sein. 1000. Piraten. Drehorgelspieler. Ja, jeder würde das Eppchen bemerken. Verzeihung. Verzeihung. Dr. Arzt. Hallo. Hallo, ich bin Ken Drake. Ja. Ja, hallo. Und Sie müssen mit Chester Grisoli sein. Ja, hallo. Kriminaltechnikerin Cheng ist... Ähm... Sie ist ein großer Fan von ihm. Jedenfalls sagte Susi, ich solle schon mal loslegen. Und da ich fürchtete Spuren, um die Hand zu verlieren, habe ich mir den Körpervermacht gebraucht, nicht aufregend. Ähm, da es sich um eine Unbekannte handelt, habe ich ihre Kleidung dort zurechtgelegt, im Hinblick auf die Identifizierung. Und das ist die Kurski. Ja, schützt mich. Ja, ich bin nicht von der Stimmung. Ich bin nicht, deshalb gehe ich streng nach. Ich... Ich bin sehr glatt. Ja, leider kommt ein Ding runter. Ich fühle mich in Bewegung. Gefallen Ihnen meine Schuhe? Hm.